So, dann schauen wir einfach mal. Also ich hab's jetzt auf dem zweiten Account offen. Mal gucken, ob das so klappt. Es ist halt, also, ne, es ist halt die Woche kacke. Mit Blutpoolen und Necrotic wird's wahrscheinlich eher schwierig werden, aber wir probieren's jetzt einfach mal. Der eine muss halt interrupted werden da hinten. Bitte interrupted ihn. Okay, ja, der Magie hat ihn inter... Was zur Hölle? Ich sterb selbst im Necro... Ah, ich hab die Inker nicht verlängert. Okay, ist ausgelaufen, passt. Dann kann ich bei der nächsten Gruppe auch nochmal inkern. Ja, jetzt läuft der eine halt durch die Blutpoole durch, ne. Den müssten wir halt da rauskriegen. Hier kommt er nicht raus. Das ist so dumm. Ja, jetzt springt er. Deswegen meine ich, du, du hast halt viele Caster, die sich halt, äh, nicht bewegen. Ich kann ihn, hab's gesehen, da jetzt kicken wir ihn so raus. Aber das ist halt sau dumm, äh, die Woche für große Puls, ne. Selbst wenn du's mit Necrotic hin... Ja, jetzt springt er in die, in den Pool wieder rein. Da kannst du nichts machen. Das, das ist halt maximal behindert. Den kriegst du da nicht raus. Das, siehst du, das juckt dir nicht. Das, das ist halt so blöd, ja. Das sind halt so Hunter-Caster, die springen halt rum, dann springen sie in den Blutpool rein, hast du halt gelitten, ne. Das gegen zu DPS, das verlierst du halt so viel Zeit für so'n, für so'n Schwachsinn. Naja. Da machst du leider nix. Da machst du leider nix. Warte mal, die Putt, die willst du da nicht dabei haben. Aber den wollen wir dabei haben. Kommt die Putt so weit rennen? Das passt sogar. Weil, solange ich Inka hab, easy. Ich hab vorhin nicht gecheckt, dass ich nur kurze Inka hab. Jetzt müssen die da schnell raus. Kann ich die eigentlich eh schon ziehen? So weit wie möglich. Haben sich blöderweise wieder ein bisschen geheilt. Okay. Müssen wir jetzt halt einfach ein bisschen rumprobieren. Ich hab die Convogue noch gar nicht gezogen, ne. Das hätte ich eigentlich mal machen können. Dann werden die jetzt Convogue. Wir haben halt auch Trashbuff, ne. Also, das ist halt Trashbuff plus Blutlachen plus Necrotic, ne. Also, beschissene können eigentlich die Ads oder halt die kleinen Mobs eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt schon ganz schön gut reingehauen, die Kollegen. Die muss ich dann auf jeden Fall knocken. Ah, geht's noch? Ne, okay, wir spielen jetzt auf Save. Die knocken wir jetzt weg. Jetzt sind halt erst 38 Prozent, aber diese Hunde, die ratzeln halt schon gut rein, ne. Okay, jetzt könnte ich eigentlich wieder rangehen. Musst du als Tank halt immer so ein bisschen gucken, ne. Wie gehst du weg mit Necrotic? Alter, was? Die ratzeln, was haben wir denn eigentlich für einen Heiler? Ja, ich hab ehrlich gesagt wieder gar nicht geguckt, was ich für eine Gruppenzusammenstellung hab, ne. Ich fühl wieder richtig gut. Ähm, und die muss ich jetzt eigentlich zusammenziehen, ne. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich hab jetzt halt leider nichts ready. Okay, das war eine scheiß Idee. Ich kann leider noch nicht kicken. Ja, jetzt muss ich halt leider flitzen. Ob das mein Ding abläuft. Okay. Fall jetzt mal. Das ist halt so ein großer Mob, den man nicht slowen kann, ne. Also es hat funktioniert, ne. Aber ich hatte halt gar nichts ready. Und das hat mich schon ganz schön gut gedrückt. Tatsächlich. Jetzt hab ich wieder alles bereit, ne. Aber ich, ich muss die Pulse so spielen, sonst reicht's halt nie und nimmer von der Zeit aus. Never ever reicht es dann von der Zeit. Oh boy. Das ist, wenn alle in Melee-Range stehen, ne. Dann ist teilweise schon ätzend. Muss ich mich schnell hochziehen? Muss ich mich schnell hochziehen? Einer der skrupelloseren Schwundgebundenen nähert sich. Seid bereit. Ja, ist gut, dass ich dafür jetzt Inka hatte. Dann war das gar kein Stress. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich bin außer Reichweite. Spare ich mir für das nächste dann, ähm, Ding auf hier. Also der dürfte nicht... Oh, der Heiler ist tot. Das schaffen wir ohne Heiler. Warte, ich grüße dich. Ja, das kostet halt, ne. Dass der Heiler da jetzt gerade gerippt ist, muss ich ihn halt retzen. Weil, er muss halt eh herlaufen wegen der Orb, ne. Wir müssen zwar hinter, sonst wäre es nicht so wild gewesen. Aber sonst müsste er wegen der Orb hinlaufen, wieder zurück. Und das kostet leider Zeit. So, jetzt spielen wir quasi die hier und die hier zusammen. Oh, fuck. Ich wollte die desorientieren. Fuck. Ich bin versehen in die Katzengestalt gegangen. Ich wollte die kicken, aber es hat nicht geklappt, ne. Ich hab mich verdrückt. Weil irgendwie hat keiner einen Kick rausgehauen, dass wir die halbwegs zusammenkriegen. Jetzt versuche ich die zu spotten. Das, das war jetzt ein ziemlicher Fail. Die haben alle gleichzeitig durchgecastet. Das hat mich blöderweise geratzt. Warte, jetzt kann ich sie kicken, dann, wenn sie aufzukasten. Okay, also die, die vier, die drücken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass die so reinhauen. Aber der Heiler war halt dann auch gerade noch am Moven. Und ich hab gefailt, ne. Ich wollte desorientieren und hab dann Katzengestalt. Das war nix. So, jetzt muss ich mal schauen, brauche ich die... Brauche ich die anderen noch? Ne, die kleinen brauche ich hier nicht. Ja, stimmt. Ich kann auch in Fluchen helfen, ja. Wenn was zu in Fluchen gibt. Gibt's hier viel zu in Fluchen? Da hab ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Ich hab extra meine Dekursive hier unten nochmal. Aber ich krieg hier tatsächlich ziemlich viel auf den Sack, dass ich... Ich da erstmal gucken muss. Okay, dann muss ich gleich nochmal gucken. Das hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, dass man da sonderlich viel in Fluchen muss. Ja, der Heiler, der irgendwie... Packt der das nicht so ganz, das Gegen zu heilen. Jetzt hab ich nix mehr. Kann melden. Holy moly, habt ihr gesehen? Ich hab gemeldet, instant wieder gespottet, weil den nächsten Schlag kann ich nie überleben. Ich hatte noch 2000 Leben, ne. Weil der Heiler halt tot war. Der Heiler ist da, glaub ich, ein bisschen am strugglen, das Gegen zu heilen. Klar, es ist Trash-Buff, ne. Aber der Heiler ist schon arg am strugglen. Okay, also wir pullen jetzt die und die hier. Ich hab wieder Inka-Ready. Die Dinger meinst du, ne? Nehmen wir sie mal ein bisschen raus hier. Nein! Hau doch dein Stunding nicht rein, wenn die Flächen liegen. Der Worry. Da liegt so eine Blutfläche und er haut sein Stunding rein. Das ist ja schön und gut, das macht Schaden. Ist ja super. Aber dann kann ich sie da halt nicht rausziehen, ne. Das ist halt maximaler Abfuck. Lauf ich mal hier ein bisschen hoch, dass die da alle rauskommen. Ja, die hatschen da jetzt halt durch, ne. Ne, das ist natürlich blöd. Vielleicht kriegen wir den einen da rausgeschossen. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. So, und was muss ich jetzt pullen? Quasi den Großen und die Putt eigentlich, ne? Aber ich habe jetzt nicht sonderlich viel. Komm, ich mache jetzt nur den Großen, weil sonst rippt mich das. Ich müsste jetzt eigentlich die Putt dazu pullen, aber das mache ich jetzt nicht. Der macht eh schon so viel Schaden und wir sind blöderweise ein bisschen schwach aufgestellt. Dann versuche ich hier lieber Single-Tage technisch. Das war jetzt risky, ne, da durchzukonvorken. Aber ich dachte mir, komm, machst du das mal. Ach so, ich muss die Anime-Op mitnehmen. Er muss den Typen übernehmen. Oh boy. Jetzt hat der Gargoyne in uns reingebraft. Wir haben doch ein Vent hier. Ich muss hier dafür eine Wall raushauen. Das gibt es gar nicht. Irgendwie kriege ich keine Heilung, ne? Und ich habe 14 Stacks. Das ist jetzt nicht so, ob ich die krassesten Stacks der Welt hätte. Aber irgendwie werde ich nicht hochgehen. Schau mal, wenn ich mich zweimal mit nachwachsen, ich bin halt instant wieder voll. Ich verstehe es nicht. Irgendwie bei dem Heiler, da passiert nichts, ne? Ich bin in den Mops dran, da passiert halt irgendwie nichts. Gut, die Mobs hauen schon ordentlich rein, ne? Das will ich jetzt gar nicht dingsen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin ja die Woche schon ein paar Zwanziger gelaufen. Und so gestruggelt habe ich ja noch nirgends. Also bei weitem. Wie habe ich mich gar nicht heilt, ne? Ich will gar keine Big Pulse mehr machen, weil ich dann halt nur am Rumstrugglen bin. Zum Glück habe ich jetzt wieder Inker. Da brauche ich halt gar keine Heilung. Wissste, also... In dem Fight hat er da noch gar nichts gehalten. Was ist im letzten? Nein! Ich habe im letzten Fight, habe ich keine Inker gezogen, kein DevCD, gar nichts. Und ich habe mehr geheilt als der Heiler. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht erzählen. Und ich war am struggeln, musste weglaufen. Also, dann, dann hielt er aber echt Shit. Wenn ich, wenn ich mit Inker, okay. Alle, weißt du, dann, klar. Dann kriege ich einen Haufen Heilung zusammen. Brauchen wir nicht reden. Ach, kacke. Der ist jetzt da genau reingespawnt. Naja, das ist jetzt maximal behindert, dass er jetzt sein Hämmern da macht. Das ist jetzt halt, das ist maximal blöd. Der hat genau so ein Hämmern angefangen, als der, als der in der Pfütze stand. Das ist jetzt richtig ätzend. Ich muss mir hier überlegen, soll ich reinkonvorken? Das ist halt immer das Problem, ne? Ich, ich habe den schon rausgezogen, den anderen habe ich gekickt. Und, als der am rauslaufen war, hat er halt angefangen, hier sein Hämmern zu machen. Noobzocker, ich grüße dich. Du, ähm, eigentlich soweit geht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Oder macht der Heiler die ganze Zeit Schaden mit, dass er extrem da dabei ist? Das ist eigentlich auch nicht sonderlich viel, ne? Keine Ahnung, irgendwie. Ich spiele am liebsten mit Shami-Healer, ich sag's euch. Shami-Healer, das ist so das Beste. Ich glaube, die ganzen brauche ich jetzt. Jetzt brauchen wir einiges an Trash. Ich kann diesen Regenstab noch nicht genützen. Jetzt muss ich dann halt gleich flitzen gehen. Okay, jetzt muss ich flitzen gehen. Es stehen da halt ein paar wahrscheinlich in der Suppe. Ja, die laufen jetzt halt da ein bisschen durch, aber das war jetzt leider nicht zu verhindern, ne? Aber wenigstens haben wir die alle gepullt, dann müsste es jetzt eigentlich passen. Okay, das sieht gut aus. Jetzt haben wir noch ein Kackpack. So, passt das mit den... Wir sind bei 72. Müssen wir schon mal langsam da weg von dem einen. Okay, jetzt ist Ding ausgelaufen. Jetzt muss ich ein bisschen flitzen gehen. Ja, mit Necrotic und großem Puls ist halt immer ätzend, ne? Das ist halt so eine Sache. Okay, das müsste passen. Danach sind wir auf 79 und dann haben wir eigentlich nur noch den Boss und dann können wir durchskippen. Okay. Will der Heiler nicht recken? Okay. Der Heiler hat das, okay, 40% hat er. Ein bisschen aufpassen. Wir haben nicht mal Boss-Buff und ich bin halt... Ich glaube, der Herr Heiler ist voll am durchziehen, kann das sein? Ich konvoke dann in der Laufphase konvoke ich dann. Ich ziehe jetzt extra ein bisschen großzügiger, weil wir eigentlich Platz haben. Seht ihr, dass hier die Leute gut durchlaufen können, dass da keiner behaupten kann, Tanker hat ihn kacke gezogen und deswegen ging das nicht. Alter, der Rogue läuft da in mich rein. Wenn er den Hit abkriegt, ist er halt einfach dead. Nie vorm Boss stehen. Wenn er seinen Hit macht. Ich ziehe ihn extra schon ein bisschen großzügiger. mehr als man, als man müsste. Wenn der 1DD eine Schelle kriegt, dann hat sich das ganz schön schnell... Dafür, dass der nicht Boss-Buff ist, zimmert der schon ganz schön gut rein. So, von hier aus skippen wir jetzt durch. Wir haben ja einen Rogue. Prozente müssten passen. Ja, der eine schreibt, oh yeah, Rogue. Okay, der Heiler hat sich noch hinsetzen können, das ist schon mal gut. Hütet euch. Das ist halt der ätzende Boss hier in dem Laden. Da dürfen wir nicht alle so zusammenstehen, ne? Pala muss jetzt babbeln. Danach hat er halt nix mehr. Ja, die wurden... Ach doch, okay, die wurden getroffen, wollte ich gerade sagen. Die waren doch... Die waren doch mit drin. Die waren doch mit drin. Ja, der Magier kann auch die Kursen, ich kann auch die Kursen, müssen wir mehr machen. Ich hab einen erwischt. Die müssen jetzt mal noch sterben hier. Na gut. Gehen wir da ein bisschen raus. Ich versuche ja immer mitzudecursen, ne? Wahrscheinlich könnte es der Rogue mit einem Cloak wegkriegen. Der Borden blutet euch. Jetzt kriegen wir da jetzt blöderweise gerade nicht alle raus. Fuck it. Wollt jetzt lieber mal. Okay, der eine ist geprockt. Der ist jetzt dann gleich... Dead. Haben wir noch irgendwelche? Irgendwie? Also den Boss hätten wir niemals auf Boss-Waff totgekriegt. Never ever. Hat er ihn gerätzt? Das ist zu weit entfernt. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreib das schnell. Keine Ahnung. Es sind jetzt halt noch 10 Minuten. Das wird, glaube ich, nichts mehr von der Zeit her. Das sind jetzt noch... Das sind jetzt noch zwei große Trash-Packs. Ich glaube, ein... So ein Dude. Gut. Und dann sind es noch zwei Bosse. Keine Ahnung. Ich glaube, also das... Das kannst du, glaube ich, knicken. Gut gekämpft. Achso, warte, ich brauche die Orb noch. Nächsten Mini-Boss skippen. Ja, das werden wir wahrscheinlich machen. Stimmt, da hast du nicht ganz unrecht. Ich lauf jetzt raus und pull die anderen schon mal. Das sind jetzt halt überall diese Blutflächen, ne? Muss ich leider rauslaufen. Und mich ein bisschen gegenheilen. Aber ich glaube, mit der Convoke habe ich sie alle gekriegt. Fuck, einen habe ich nicht. Fuck, der hat den Heiler gekillt. Wo liegt denn der Heiler? Ich komme nicht an den Heiler ran. Ich kriege halt überhaupt keine Heilung. Aber ich habe 14 Stacks nur. Das gibt es doch. Also, keine Ahnung. Es sind halt so gut wie keine Mobs mehr da. Der Heiler suckt halt echt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich so viele Stacks hatte, dass es einfach keine Heilung mehr durchging, sondern da kam halt einfach nichts. Es war jetzt schon ein bisschen risky gepullt, dass ich die andere Gruppe mitgenommen habe. Aber wir sind halt so knapp mit der Zeit dran, dass es ohne halt einfach nicht geht. Aber ich soll euch eine Lektion sein. Also, ich glaube, das ist auch kein Ding. Ein Pillar. Luga, ich grüße dich. Also, wir haben jetzt nach dem Boss kommt der große Raum noch. Der dauert aber auch schon zwei Minuten, würde ich mal sagen. Und der Endboss 2 bis 3, ne? Also, ich glaube, das wird scheiße eng. Na, fuck. Jetzt verfolgt mich nur so ein Typ. Jetzt muss ich den Boss blöderweise da ganz hinterziehen. Im letzten Pillar. Ja, vielleicht, ne? Also, zehn Sekunden wäre mir ja recht, solange wir es in Time schaffen. Wir haben jetzt halt dann den übelsten Slow, ne? Kommen, wir nehmen jetzt hier mal so einen Pot sogar. Hätte ich eigentlich gleich mit der Inka schmeißen sollen. Das Ding ist, das dauert halt hier so lange, ne? Die ganzen Kleinen wegzuhauen und dann den Boss zu töten. Weil der saugt die ja alle aus wie so ein blöder. So. Scheiß drauf, wir schmeißen jetzt hier einen Eulen-Convork rein. Ich bin außer Reichweite. Es lief, ob es keinen Morgen gäbe. Seht ihr? Also, zwei Minuten kannst du hier für den Shit immer rechnen. Mit Trash-Bass sogar wahrscheinlich länger. Aber wenn wir drei Minuten für den Endboss haben, das müsste eigentlich reichen. Es ist halt bloß die Frage, mit dem Slow wirst du halt richtig scheiße dodgen können, ne? Mhm. Also, ich kann dann gleich nochmal, äh, eine Convoke ziehen und ich kann nochmal eine Inka ziehen. Der Heiler ist am Recken, auf geht's. Sollten wir uns halt nicht treffen lassen, ne? Ah, dieses Geslow, das ist natürlich jetzt schon nervig bei dem Boss. Das wird interessant, das sag ich euch. Alter. Ja, der Pala hat's schon mal erwischt. Wir haben nur... Das ist schon ätzend. Fuck, ich laufe rein, oder? Jetzt hat's den Rogue erwischt. Ich hab extra gewollt, dafür. Also, ich weiß nicht, ob du den Tormenter nicht lieber gemacht hättest, ne? Alter, vor allem, wir stehen halt alle zusammen und das kommt halt immer ins Camp rein. Weil der Pala auch noch in der Melee-Range ist. Die Anima strömt über. Muss einer rüber. Ist noch nicht bereit. Ich hab leider noch keinen Pot ready. Wir stehen halt alle zusammen, warum steht der Magier bei uns? Ich verstehe es nicht. Dann geht es halt immer hier ins Camp rein. Warum? Er läuft wieder in Melee-Range. Bleib doch bitte einfach weg. Also eigentlich, der Heiler sollte auch wegbleiben. Aber gut, es ist ein Pala, der muss da halt draufhauen. Aber, schau mal, es werden halt ständig... Er läuft halt wieder in Melee-Range. Warum? Es tut halt nicht Not. Es tut halt nicht Not. Ich verstehe solche Ranges nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sag's euch, ganz ehrlich. Es ist so dumm, bei so Effekten, wo du in der Melee-Range abgefuckt wirst. Warum? Er stellt sich komplett in die Melee-Range rein. So müssen alle sich bewegen. Es geht jetzt immer hier in Melee-Range rein, das Ding dann. Ich muss sich wieder zwei scheppern lassen. Dein Stolz ist unverdient. Elende Abschauung. Kriegen wir das halt echt in Time hin, oder? Holy moly. Ja, aber sowas regt mich auf. Das tut halt nicht Not, sich in die Melee-Range zu stehlen. Wisst ihr, was ich meine? Naja, gut. Haben wir das tatsächlich mit ne Krote und diesem Kack-Blut-Ding mit Trash-Buff gekriegt? Also ätzendere Kombi für die Instanz gibt's, glaube ich, fast nicht. Aber, nochmal ein 20er In-Time. Jetzt fehlt mir nur noch ein einziger. Und zwar die Spitzen. Die machen wir dann nächste Woche. Und ja, hat doch wunderbar geklappt. Rogue schreibt, easy clap, good group. Ja, das hat ja gut funktioniert hier. Aber die Puls, die waren jetzt eigentlich ganz okay, die ich so hatte. Wie viele Tode hatten wir? Sieben, das geht, ne? Aber bin ich gestorben. Der Heiler schreibt schon, let's push more. Aber ne, ich hab ja meine vier zusammen für die Woche. So, für die Aufnahme soll's das gewesen sein, Leute. Nächste Woche gibt's dann den letzten Key hoffentlich. Da werden wir dann so lang die Spitzenlaufen-Bismus haben. Und ja, damit verabschiede ich mich. Eutela, bis dann. Ciao. Bis dann. Und ja, damit verabschiede ich mich. Und ja, damit verabschiede ich mich. Und ja, damit verabschiede ich mich.